Ich habe gestern wieder neue Hanfmilch angesetzt. Wir haben es auf den Balkon gestellt, in die Kälte. Da waren wir was fest. Es ist zufällig ein neues Produkt entstanden, nämlich Hanfbudding. Das schmeckt fast noch besser als die Milch. Wenn man den ein bisschen mit Schoko vom Meer ansetzt, vielleicht ein bisschen Sahne obendrauf, dann kann man das jedem auch als gesundes Nahrungsmittel anbieten. Als Nachtisch vielleicht. Tja, warum ist das passiert? Okay, wie ist es zu dem Wunder gekommen? Super. Ich habe das mit der Fischstelle vom Dr. Switzer angesetzt dieses Mal. Und dann ist es fest geworden, komischerweise. Echt witzig, oder? Und das letzte Mal habe ich es mit dem Collagen gemacht. Vom Kopp Verlag. Da ist es flüssig geblieben. Ist doch lustig, oder? Das ist echt wie Pudding. Wunderbar. Schmeckt auch sehr gut. Es schmeckt wie Schokopudding. Eigentlich. Super. Na dann, können wir es ja auch mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Aber das schmeckt jedem Kind auf jeden Fall. Da kann man jedem Kind auch mal was gesundes geben. Wenn man Lust hat. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020